Christian hat mir geschrieben, hey Martin, in Logic gibt es so viele Delay-Plugins, aber es gibt auch viele Firmen, die ihre teuren Plugins, Delay-Plugins anpreisen. Kann ich jetzt eigentlich die in Logic verwenden? Sind die gut genug oder brauche ich tatsächlich ein teures Plugin? Und darum soll es in der nächsten Serie gehen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Ich fand die Idee von Christian richtig cool und habe mir gedacht, ich drehe einfach eine Serie über Logic's Delay-Plugins und dann kannst du danach selber entscheiden oder wir können zusammen entscheiden, sind Logic's Delay-Plugins jetzt gut genug? Brauche ich dann keins mehr von Waves oder von Soundtoys oder wie die alle heißen oder muss ich mir tatsächlich doch so ein teures Delay-Plugin kaufen? Ich fange jetzt in diesem Teil an mit Logic's einfachsten Plugins, das ist das Sample-Delay und das Echo und dann arbeiten wir uns weiter vor zum Stereo-Delay, zum Modulations-Delay und auch zum Delay-Designer. Das ist das komplexeste. Ganz zu Beginn würde mich jetzt aber tatsächlich interessieren, du als Logic-User oder auch wenn du eine andere DAW benutzt, benutzt du die Delay-Plugins oder auch Reverb-Plugins von deiner DAW? Oder hast du ein riesiges Arsenal von teuren Glitzer-Plugins von anderen Firmen und können die tatsächlich viel, viel mehr als die Plugins deiner DAW, die Delay-Plugins deiner DAW in diesem Fall? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare, benutzt du die Delay-Plugins von deiner DAW? Das würde mich sehr interessieren und jetzt geht es auch schon los, wir starten wie gesagt mit den einfachen und mit den einfachsten Delays von Logic, das Sample-Delay und das Echo. Los geht's! Ich habe hier schon eine Instanz von diesem Sample-Delay geöffnet und wie du siehst, ist es tatsächlich sehr, sehr einfach aufgebaut. Du hast ein linkes Delay und du hast ein rechtes Delay und dieses Delay kannst du entweder über Samples einstellen als Unit oder als Einheit oder als Millisekunden. Du kannst das linke und das rechte Delay unterschiedlich einstellen, also unterschiedlich verschieben zeitlich und du kannst sie auch linken, dass sie beide gleichzeitig sich zeitlich verschieben. Es gibt jetzt hauptsächlich zwei Möglichkeiten, bei denen ich dieses Sample-Delay verwende. Zum einen, was nicht so oft vorkommt, ist es, um zum Beispiel Phasenprobleme bei Drums zu beheben. Wenn die Drums aufgenommen werden, haben die Drums unterschiedliche Mikrofone und Phasenprobleme können entstehen, weil die Mikrofone unterschiedlich weit weg sind und dann den gleichen Schlag zum Beispiel in unterschiedlichen Zeit am Start aufnehmen. Und dadurch können Phasenprobleme entstehen. Wenn du zum Beispiel dieses Sample-Delay auf die Overhead-Spur machst, dann kannst du die ein bisschen nach hinten schieben zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, die ich aber nicht so oft verwende. Die zweite Möglichkeit, die ich wesentlich öfter verwende, ist, um Spuren breiter zu machen und zwar mit dem Haas-Effekt. Dafür ist dieses Delay hier super geeignet und auch sehr, sehr schnell eingesetzt. Der Haas-Effekt besagt, dass jedes Delay, das unter 30 Millisekunden zeitlich angesetzt ist, dass es nicht als Delay bzw. als Wiederholung wahrgenommen wird. Und dadurch kannst du Spuren, das kannst du dir zunutze machen und kannst Spuren breiter erklingen lassen. Ich zeige dir das hier gleich mal am praktischen Beispiel. Wir hören mal in diese Gitarre hier rein. Okay, ganz normale Akustik-Gitarre. Wenn ich jetzt diese Gitarre ein bisschen zu schmal, ein bisschen zu mono empfinde und hätte die gern breiter, dann kann ich mir diesen Haas-Effekt mit diesem Sample-Delay hier zunutze machen. Ich schalte das mal ein. Wir haben jetzt gesagt, unter 30 Millisekunden sollte es sein, sonst wird es als Wiederholung wahrgenommen. Ich nehme jetzt mal hier knapp unter 10 vielleicht und hier knapp unter 30 Millisekunden. Das wird drunter bleiben und schalte das gleich zu. Und dann wirst du diesen sehr, sehr krassen Effekt gleich hören, dass die Gitarre so wesentlich breiter wird. Sehr, sehr krasser, sehr, sehr deutliche Effekt. So kannst du eine Monogitarre praktisch künstlich in die Breite ziehen. Noch besser funktioniert das hier bei so Achtel-Junks hier, glaube ich. Das waren die. Da habe ich auch das Sample-Delay hier schon eingestellt. Probieren wir es hier nochmal. Es funktioniert natürlich auch beim Gesang. Wenn du hier bei Logic im Kanalzug bist, kannst du hier draufklicken, dann bist du direkt beim Effekt. Probieren wir es hier auch mal aus. Auch sehr krasser Effekt. Funktioniert nicht bei jeder Stimme gut, funktioniert nicht in jedem Projekt gut. Aber da hilft dir der Sample-Delay wirklich über den Haas-Effekt einzelne Spuren von Mono ein bisschen mehr Stereo klingen zu lassen, einfach ein bisschen breiter klingen zu lassen. Und damit kommen wir zum zweiten recht einfach aufgebauten Delay-Plug-In in Logic und das ist das Echo. Das lade ich hier mal im Gesang direkt in den Kanalzug als Monospur. Und auch hier hast du nicht besonders viele Möglichkeiten, aber bevor du dich durch komplizierte Delay-Plug-In's quälst, kann dieses Echo wirklich oft schon das Ergebnis liefern, das du möchtest. Und zwar ist es hier für einfache Slap-Echos perfekt geeignet. Ich nehme jetzt dieses Echo hierher. Du hast hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. In der Standard-Einstellung können wir es gerade einfach mal so laufen lassen. Du hast hier einen Dry-Wet-Regler. Das bedeutet, du kannst das trockene Signal mit dem behandelten Signal, sag ich mal, oder mit dem Delay-Signal mischen. Wenn ich das jetzt hier leicht hoch fahre, bei 40 Prozent, dann hören wir es jetzt in der Standard-Einstellung. Wir sollten jetzt ein leichtes Echo schon hören. Okay, das ist natürlich noch nicht so optimal hier. Über diese beiden Buttons kannst du das Delay-Zeit relativ schnell halbieren oder verdoppeln. Und über das Feedback, den Anteil, also wie gut hörbar dieses, oder wie viele Wiederholungen grob erklärt, wie viele Wiederholungen du hören kannst. Interessant ist hier unten auch noch der Colorschiebe-Regler. Wenn ich jetzt mal hier den Dry-Nob ganz runter mache und nur den Wet-Nob nach oben, dann hören wir nur das Delay. Und jetzt können wir hier mal schauen, was passiert, wenn ich hier an der Color verstelle. Du kannst hier also einen Band-EQ einstellen. Und ich habe gerne meine Delays nicht ganz so silbrig, nicht ganz so präsent. Deswegen probiere ich jetzt einfach, das ein bisschen dunkler zu machen. Wir bleiben mal bei Achteln, das hat mir ganz gut gefallen. Und auch bei diesem Feedback. Jetzt gehen wir hier wieder rein und jetzt versuche ich hier ein bisschen rumzuspielen, so dass ich einen schönen räumlichen Effekt kriege für meine Vocals. Bad Guys finish first, they always run in packs of lies, nice guys bear the curse. Forever at the starting gate, hold in your purse, alright. Also ich finde, diese beiden einfachen Delays funktionieren für einfache Aufgaben perfekt. Und ich wende die auch oft an. Und deswegen, wenn du dir das nächste Mal überlegst, ob du irgendein teures Plug-in, irgendein teures Delay-Plug-in verwendest, probier doch einfach mal die einfache Variante. Nimm dir so ein Echo, lad es in Kanalzug und stell das kurz ein. Das spart sehr, sehr viel Zeit. Diese Band-Filter hier, Band-EQ-Filter funktionieren wirklich wunderbar. Und die Aufgabe ist schnell gelöst. Apropos schnell. Wenn du schneller abmischen lernen möchtest, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Und da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten zum perfekten Mix kommst. Vielleicht magst du dir das runterladen. Ich empfehle es dir auf jeden Fall. Das hat schon sehr, sehr vielen weitergeholfen. Speedmixing habe ich unten angepinnt im ersten Kommentar. Das waren Sample-Delay und Echo. Und im nächsten Tutorial geht es dann weiter mit Logix Stereo-Delay. Wir sehen uns.